hallo heute habe ich eine für euch einen neuen vorschlag und zwar habe ich topflappen gehäkelt in einer eulenoptik vielleicht findet ihr es auch schön und wollt gern wissen wie es gemacht wird dann könnt ihr immer ein kommentar abgeben und dann würde ich euch zeigen wie einfach solch ein topflappen zu machen danke euch tschüss